Hallo, herzlich willkommen, Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, heute zum Thema Schwachpunkttraining. Schwachpunkttraining, und zwar jeder hat sie, und zwar man sieht sie, bei den meisten Menschen sieht man sie ausziehen, Badehose, bam, 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 Schwachpunkte. In der Regel kann ich auch jedem ins Gesicht sagen, welche Muskulatur er gerne trainiert und welche er nicht gerne trainiert. Das sieht man. Und genau aus diesem Grund ist es ganz gut, wenn man seine Trainingsplanung entsprechend geschickt plant. Die meisten Menschen haben natürlich einen Erfolg, finden ihren Trizept toll, ihre Bizeps, ihre Schultern, die werden nicht immer häufiger trainiert, weil sie dann eigentlich ins Auge stechen, weil das natürlich der sogenannte Schmuck ist, die sogenannte goldene Uhr, die jeder anguckt und denkt, boah, der tolle Schultern, boah, der tolle Bizeps. Das ist aber der falsche Weg, dass man immer die Muskelgruppen, die sowieso besonders gut sind, natürlich forcierten, häufiger trainiert. Das macht so keinen Sinn, deswegen ist es ganz gut, wenn ihr eure Schwachpunkte euch mal vorknüpft. Sehr oft sieht man natürlich bei vielen die Schwachpunkte in den Beinen. Ich möchte jetzt auch nicht näher darauf eingehen, warum das Schwachpunkte bei den meisten sind. Das kennt ihr alle schon von mir, weil die meisten natürlich dieses Training scheuen, weil es sehr anstrengend ist und so weiter und so fort. Man hat aber auch viel Lernen, wo man sieht, Schwachpunkt. An den Schwachpunkten arbeiten die natürlich auch, ihnen mal wieder. Stellen aber fest, ach, dieser verdammte Schwachpunkt will einfach nicht vorwärts gehen. Dann stecken sie es wieder und trainieren lieber wieder die gute Muskulatur. Das ist aus zwei Gesichtsgründen nicht besonders intelligent, aus dem ersten Gesichtspunkt. Weil natürlich die gute Muskulatur, die braucht viel weniger Aufmerksamkeit, wie die schlechte Muskulatur. Das bedeutet, dass ihr natürlich hauptsächlich eben immer die schwache Muskulatur im Vordergrund stellen soll, entsprechend in der Trainingsbahn berücksichtigen soll, nicht die schwache Muskulatur erstmal komplett ausgrenzen und gar nicht mehr trainieren oder ganz nach hinten stellen, sondern ihr müsst es umdrehen. Die muss Aufmerksamkeit bekommen. Das schwächste Glied in der Kette muss gestärkt werden, nicht das stärkste Glied in der Kette. Das macht so keinen Sinn und zwar noch aus medizinischen Gründen. Aus medizinischen Gründen ganz einfach, wir sollten keine Dysbalancen praktizieren. Stellt euch mal euren Körper vor, da habt ihr einen Mittelpunkt, die Wirbelsäule. So, jetzt habt ihr rechts und links Seile. Stellt euch mal Seile vor, die am Boden verankert sind. Wie sollten die wohl gespannt sein, dass dieses Teil einigermaßen im Lot steht. Dass es energetisch geschickt steht. Da wird natürlich, nutzt es nichts, wenn man jetzt zum Beispiel ein Seil, sagen wir mal die Brust zum Beispiel, extrem stark trainiert. Da kriegt die brutal viel Kraft. Was macht die? Die zieht hier rüber. Und der Antagonist gegenüberliegend, der Rücken, Innerrücken zum Beispiel, Oberrücken, hintere Schultermittelmuskultur, ist zu schwach, was passiert? Das System wird instabil in sich. Oder auch mal riesen Oberkörper. Unten, dünne Beinchen. Das ist vom Hebelgesetz sehr ungünstig. Das sind sogenannte Dysbalancen von oben nach unten, von rechts nach links, von vorne nach hinten. Das sind einfach Dinge, die man so nicht praktizieren kann, die in Natur, die in Natur niemals so machen würde. Nie. Die würde es nie so machen. Die ist nämlich intelligent. Und sagt, das ist dumm, was wir da machen. Also, ist ganz wichtig, wenn ihr auf Trainingsplanung, wenn ihr an eurer Trainingsplanung arbeitet, wenn ihr selbstständig daran arbeitet, denkt an eure Schwachpunkte und zieht eure Schwachpunkte nach vorne. Ich plane sogar manchmal bei meinen Kunden, sind es Muskelgruppe, wie die Beine, es gibt Leute, die haben brutal gute Beine. Dann trainieren die die Beine nur noch alle 14 Tage und forcieren alles andere. Oder andersrum, die haben schon einen riesen Oberkörper, weil sie nicht so intelligent waren und fünf Jahre in den Oberkörper trainieren, weil sie ja Fahrrad fahren, weil sie ja Fußball spielen, die Beine ja schon so toll sind. Die trainieren dann eben zu 50, 60 Prozent Beine in einer gewissen Zeit und nur einen kleinen Anteil Oberkörper. Und schon haben wir wieder irgendwann ein Gleichgewicht im Körper und da möchten wir auch hin. Ja, ganz einfach. Das war es, Andreas Dienbacher, zum Thema, trainiere deine Schwachpunkte.